DW Deutsch lernen mit Nachrichten Montag, 24.12.2018, 9 Uhr in Deutschland. Bundespräsident ruft zur Stärkung der Demokratie durch Gespräche auf. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bundesbürger zu mehr Dialog aufgefordert. Durch Kompromissbereitschaft müsse eine Spaltung der Gesellschaft verhindert werden, sagte das Staatsoberhaupt in seiner Weihnachtsansprache. In vielen Ländern sei zu beobachten, was passiere, wenn Gesellschaften auseinanderdrifteten. Wir haben brennende Barrikaden in Paris erlebt, tiefe politische Gräben in den USA, Sorgen in Großbritannien vor dem Brexit, Zerreißproben für Europa, in Ungarn und Italien, sagte er. Deutschland sei gegen solche Entwicklungen nicht geschützt. May ruft Briten zur Einheit auf. In ihrer Weihnachtsbotschaft hat die britische Premierministerin Theresa May die Bürger zur Einigkeit im kommenden Jahr aufgerufen. Zugleich warnte sie vor einem weiteren Auseinanderdriften der Gesellschaft. An die Parlamentsabgeordneten appellierte May, dem mit Brüssel ausgehandelten Vertrag zum Austritt aus der Europäischen Union zuzustimmen. Auch Königin Elisabeth sprach in ihrer Weihnachtsbotschaft allgemein die Notwendigkeit an, Differenzen zu überwinden. Den Brexit erwähnte die Monarchin nicht, weil sie sich als Staatsoberhaupt zu Fragen der aktuellen Politik neutral verhält. Befehl zum US-Truppenabzug aus Syrien ist unterzeichnet. Der Befehl zum Abzug der gut 2000 US-Soldaten aus Syrien ist bereits unterschrieben. Das teilte ein Pentagon-Sprecher mit, ohne Details zu nennen. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch überraschend den vollständigen Rückzug der US-Armee aus Syrien angekündigt. Die Entscheidung stieß nicht nur bei US-Verbündeten im Kampf gegen den IS auf Unverständnis, sondern ist auch in den Vereinigten Staaten höchst umstritten. Verteidigungsminister Jim Mattis reichte seinen Rücktritt ein. Die Amtsgeschäfte übernimmt kommissarisch am 1. Januar Vize-Pentagon-Chef Patrick Shanahan. Libanesen haben genug von Korruption. In der libanesischen Hauptstadt Beirut haben hunderte Menschen gegen Korruption und die schlechte Versorgungslage im Land demonstriert. In Anlehnung an die Proteste in Frankreich trugen einige der Demonstranten Gelbe Westen. Sie marschierten zum Sitz von Ministerpräsident Saat Hariri und verlangten eine kostenlose Gesundheitsvorsorge sowie eine bessere Trinkwasser- und Stromversorgung. Libanon mit seinen 6,3 Millionen Einwohnern beherbergt laut Regierung etwa 1,7 Millionen syrische Flüchtlinge. Die Wirtschaft liegt am Boden. Fast jeder Drittel Libanese gilt laut Weltbank als arm. Gewalt gegen Demonstranten im Sudan. In mehreren Städten im Sudan haben jeweils hunderte Menschen wieder gegen die Erhöhung des Brotpreises protestiert. In Umrawaba, rund 200 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Khartoum, versuchten Demonstranten, ein Regierungsgebäude zu stürmen. Sicherheitskräfte drängten die aufgebrachte Menge zurück. In Adbara und Omdurman ging die Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten vor. An diesem Montag wollen die Ärzte im Sudan einen unbefristeten Streik beginnen, um damit die Proteste zu unterstützen. Brot ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel im Land. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, warnt vor einer neuen Eskalation der Gewalt im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Es gebe verschiedene Feuerstellen und aus diesen könne ein Flächenbrand entstehen, sagte OSZE-Generalsekretär Thomas Gremminger der Neuen Osnabrücker Zeitung. Gremminger forderte den Kreml auf, als Zeichen des guten Willens, die vor einigen Wochen festgenommenen 24 ukrainischen Matrosen freizulassen und auch die drei beschlagnahmten Schiffe freizugeben. Soweit die Meldungen von Montag, dem 24.12.2018.